One Piece Das Einzige, was du mit deinen Stimmbändern machen kannst, ist sie in Säure schmeißen, dann haben wir ein gelöstes Problem Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freund des gepflegten Klemmbausteinboss Hier ist wieder euer König der Piraten, Valleybrick Ich hoffe aber, ich werde dieses Mal nicht hingerichtet Und ich habe heute für euch mitgebracht mal wieder ein Set, bei dem ich direkt zugebe, wo ich nicht weiß, inwieweit dieses Set bei euch ankommen wird Denn dieses Set hier ist das Wado Ichimonji und damit eines von Lorenazoros legendärsten Schwertern aus One Piece Vielleicht könnt ihr jetzt damit nichts anfangen, ich gebe aber zu, das Ganze ist für mich ein Stück weit Kindheit Der One Piece Anime lief vor langer, langer Zeit auf D-Max Und das war wirklich etwas, auf das ich mich immer riesig gefreut habe und sich auch die ganze Klasse sehr gefreut hat Das ging so weit, dass wir damals, wenn irgendjemand das nicht gucken konnte, auf dem Handy den Bildschirm abgefilmt haben Damit man später die Folge gucken konnte Also das waren wirklich andere Zeiten Und für die Leute, die mit Wado Ichimonji oder One Piece oder Zorro gar nichts anfangen können Für die haben wir hier immer noch ein hoffentlich cooles Schwert Was ich natürlich sehr, sehr gut als Deko machen könnte Deshalb glaube ich, auch ihr werdet hier Freude haben Dieses Set hat auf jeden Fall knapp über 700 Teile Und gekauft habe ich es auf Yurwop für 22 Euro Yurwop hat hier auch wieder Quan Can als Hersteller angegeben Auf der Anleitung ist leider kein Hersteller ersichtlich Aber ich verlasse mich da mal wieder auf die Angaben, dass es Quan Can ist Auch weil, wenn man Quan Can und Nummer 772 sucht, man auch bei anderen Seiten auf dieses Set hier kommt Die Anleitung ist auf jeden Fall klammergebunden Die Papierqualität ist völlig in Ordnung Genauso wie die Druckqualität Es wird ausgegraut Was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt Wir haben auch Bauabschnitte Und zwar einen ersten und einen zweiten Bauabschnitt Und insgesamt bauen wir das Wado Ichimonji auf 30 Seiten zusammen Bis dann der Stand, das Schwert an sich und seine Scheide fertig ist Auf der Rückseite sehen wir dann noch einmal ein paar Detailaufnahmen Und ich hoffe, dass das Schwert in echt auch nur annähernd so gut aussieht, wie es hier dargestellt wird Hier haben wir auch schon mal die zwei Bauabschnittstüten Es ist natürlich etwas bitter, dass wir hier überhaupt keine Kennzeichnung haben Welcher Beutel nun zu welchem Bauabschnitt gehört Ich habe mir jetzt einfach mal hergeleitet, dass wegen diesen großen weißen Steinen Das hier zum zweiten Bauabschnitt gehört und das hier der erste ist Ich würde sagen, wir machen die erste Tüte mal auf und schauen uns an, ob sich das bewahrheitet Hier seht ihr schon mal die Steinetüten aus dem ersten Beutel Ich kann mir ehrlich gesagt noch nicht wirklich vorstellen, dass sich diese Theorie bewahrheitet Dass der zum ersten Bauabschnitt komplett gehören wird Ich denke eher, dass das in den Beuteln auch gemischt ist Denn das sind mir zu wenig schwarze Steine, um dieses Schwert am Ende zu bauen Aber vielleicht irre ich mich Ich probiere das Ganze auf jeden Fall aus Und wir reden natürlich auch über die Steinequalität Wie immer, wenn ich auch wirklich etwas gebaut habe und wir darüber sprechen können Und dann kann ich auch mehr dazu berichten Ob das hier auch beutelweise in Bauabschnitte unterteilt ist Oder ob das hier wahllos ist, was natürlich schade wäre, wenn dann in der Anleitung Bauabschnitte gezeigt werden Ich fange jetzt an zu bauen und wir sehen uns nach dem ersten wichtigen Bauschritt Und nach der ersten wichtigen Erkenntnis wieder Und wir sehen uns das erste Mal nach dem 27. Bauschritt und damit nach dem zweiten Bauabschnitt wieder Das Schwert ist an sich eigentlich schon fertig gebaut Aber wieso auch immer haben wir den Griffschutz vorhin noch nicht gebaut Die Teile waren auch in der Tüte, aber wir haben sie noch nicht in diesem ersten Bauabschnitt verwendet Ich habe schon mal in der Anleitung etwas vorgeschaut Das wird dann im zweiten Bauabschnitt gemacht Das ist dann etwas komisch aufgeteilt, dass die Steine auch in diesem Bauabschnitt sind Aber okay, es gibt auf jeden Fall schlimmere Sachen Es hat sich auf jeden Fall bewahrheitet, dass diese großen Tüten jeweils für die Bauabschnitte stehen Also befindet sich dann hierin der zweite Bauabschnitt Und tatsächlich haben alle schwarzen Steine, die dabei waren, gereicht, um die gesamte Schwertschneide zu bauen Das gesamte Schwert zu zeigen ist einfach in dieser inneren Aufnahme nicht möglich Aber keine Angst, wenn das Ganze fertig gebaut ist, mache ich natürlich von dem ganzen Set für euch nochmal ein paar Bilder und Aufnahmen draußen Dass man das Ganze richtig erkennen kann Und dann habe ich natürlich auch die Maße für euch Aber eins sei schon mal gesagt, man braucht dafür echt viel Platz, wenn man sich das Ganze hinstellen möchte Bisher hatte ich aber mit diesem Set schon sehr viel Spaß Obwohl in diesem Set ja sehr, sehr viele Wiederholungen vorkommen Die Anleitung macht das aber sehr gut, dass man wirklich die Schwertschneide nach und nach baut Und man immer mal wieder zwischen den schwarzen und den silbernen Teilen wechselt Und auch die Steinequalität gefällt mir bis hierhin echt gut Die Verbaubarkeit ist top, da gibt es gar nichts zu meckern Aber leider wie bei den meisten Herstellern haben wir ein paar Probleme mit den Fliesen Sie glänzen zwar ganz gut, also sie sind nicht komplett stumpf Aber wir haben schon einige Kratzer auf den Steinen drauf Das tut aber der Endoptik von dem Schwert überhaupt keinen Abbruch Was mich da schon mehr stört, sind die sehr, sehr vielen verschiedenen Weißtöne Die wir hier alleine im Griff haben Denn der Griff sieht richtig schön aus Ich finde, der ist toll gebaut Und vor allem wie der gesamte Rest, den wir bisher gebaut haben, sehr stabil gebaut Aber wenn das natürlich ein Weißtöne wäre, würde das wunderschön aussehen Und diese verschiedenen Weißtöne vermiesen es mir ein wenig Eines steht aber fest Wie gesagt, das Ganze ist echt stabil gebaut Die Schwertschneide ist ja wirklich nur eine Brickbreite breit Und trotzdem kann man das in die Hand nehmen und hier wirklich damit rumschütteln Da fällt nichts auseinander Man merkt natürlich, dass man auf die gesamte Länge eine gewisse Woppeligkeit hat Muss ich aber überhaupt keine Sorgen machen, dass hier etwas abfällt Ich würde damit vielleicht nicht unbedingt gegen irgendwelche Gegenstände schlagen Aber um das Ganze ein wenig zu führen Oder eben auch generell, um es mal rumzutragen Braucht man sich keine Gedanken machen, das Ganze ist wirklich fest Und genau aus diesem Grund kommen hier sehr viele Baurichtungsumkehrfreunde auf ihre Kosten Denn wir haben hier massige Bügelperlen Wir haben massig Bruchsteine drin Also allein von den Zweierbruchsteinen in Flatsilver haben wir hier 39 Steine drin Dann haben wir noch einige in Schwarz Wir haben auch noch diese Einerplate Modifieds mit Baurichtungsumkehr Also hier ist sehr sehr viel drin Und alleine zum Ausschlachten von den Flatsilverteilen Und den Bruch-Baurichtungsumkehrern in Flatsilver Wären 22 Euro bis hierhin schon ein ordentlicher Preis Und wir haben erstmal die Hälfte des Sets gebaut Also selbst für Leute, die vielleicht mit dem Set an sich nicht viel anfangen können Haben wir hier viele schöne Perlgold-Elemente Und auch einige Flatsilver-Elemente Die sich in anderen Sets sehr gut verwenden lassen Also das ist schon mal ein großer Pluspunkt Und wie gesagt, gerade für Freunde des Bruchsteins ist hier sehr sehr viel geboten Also ihr seht schon, ich habe bisher echt meinen Spaß Und hoffe, dass das so bleibt Und dementsprechend baue ich jetzt weiter Und wir sehen uns dann gleich mit dem gesamten Set wieder Und wir sehen uns vor allen Dingen dann auch mit ein paar schöneren Außenaufnahmen Und damit ist auch schon das gesamte Wado Ichimonji Mit seiner Schwertscheide und auch dem Stand fertig Und dieser zweite Teil des Sets hatte doch ein paar mehr Probleme als der erste Teil Das erste große Problem, was ich habe Ist natürlich, dass die Schwertscheide in diesem Fall ja komplett aus weißen Steinen besteht Bis auf ein paar ganz kleine goldene Akzente Und schon beim Griff habe ich ja das Aussehen der weißen Steine Und vor allen Dingen die Farbtreue bemängelt Und das ist natürlich auf so einer langen weißen Fläche noch sehr sehr viel schlimmer geworden Es ist zum Glück nicht so schlimm, wie bei dem Griff ausgeprägt Deshalb ergibt es noch ein stimmiges Bild Aber hier muss auf jeden Fall in der Farbtreue nachgeschärft werden Wie bei so vielen Herstellern mit weißen Steinen Ebenfalls war ja beim Schwert der Bau noch echt spaßig und auch etwas spannend gestaltet So spannend, wie es eben bei einem Schwert sein kann Und das war dann bei der Schwertscheide wirklich komplett anders Denn hier hat man wirklich achtmal dasselbe Element kleinteilig gebaut Um es am Ende aneinander zu stecken Und da hätte ich mir noch etwas mehr Raffinesse Entweder durch die Anleitung oder vielleicht auch in der Deko der Schwertscheide gewünscht Denn das Schwert hat mit seinem Griff und seinem restlichen Aufbau Dort einfach die Messlatte sehr hoch gesetzt Und ich finde die Schwertscheide konnte das dann nicht mehr einhalten Mir wäre es vielleicht sogar lieber gewesen, erst die Schwertscheide zu bauen Und dann mit der positiven Note, also mit dem Schwert, zu enden Und dann haben wir noch den Stand gebaut Der ist jetzt auch nicht das spannendste und auch eine sehr, sehr einfache Konstruktion Jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, dass das gesamte Set mit 700 Teilen Die auch noch nicht die kleinsten Teile sind, doch ein gewisses Gewicht hat Und da ist es bei dem Stand dann leider sehr, sehr ungünstig gelöst Dass die zwei Auflageflächen wirklich nur einen Prick breit sind Und wenn man das Ganze bewegt, sehr, sehr schnell unter dem Gewicht abknicken Ich kann bei dem Stand noch damit leben Weil es ja so als Dekoobjekt dann nicht benutzt wird Aber das ist natürlich schade, wenn das Schwert so stabil ist Dass man sich da kaum Gedanken machen muss Dass man beim Auflegen auf den Stand super, super vorsichtig sein muss Dass das Ganze ausbalanciert ist Und nicht diese zu dünnen Auflageflächen abknicken Ebenfalls hatte ich dann bei den Auflageflächen auch leider bei den Perlgold-Teilen Das sind einmal zwei Bricks Klemmkraftprobleme Und musste dort nachhelfen, indem ich dort ein wenig Küchenrolle reingemacht habe Damit es nochmal besser geklemmt hat Den Kleber musste ich zum Glück nicht einsetzen Und generell war es so, dass sich alle Perlgold-Teile ziemlich gut verbauen lassen haben Bis auf die Bricks Denn da, wo bei den Zweierbricks kaum Klemmkraft war und die gefehlt hat Da war dann bei den langen Bricks, die wir eingebaut haben, um den Griff zu vervollständigen Die Klemmkraft viel zu hoch Und man musste das schon fast unnatürlich zusammendrücken Damit es irgendwie zusammengehalten hat Und nicht mehr auseinandergesprungen ist Also das ist ziemlich schade, weil sich alle anderen Perlgold-Teile, die irgendwo fliesenähnlich waren Sehr, sehr gut verbauen lassen haben Aber auch wenn ich jetzt dem zweiten Bauabschnitt nicht sehr viel Positives abgewinnen konnte Ist natürlich das Endergebnis aussehensmäßig sehr, sehr überzeugend Egal ob man jetzt das Schwert in seiner Scheide drin hat Vielleicht ein wenig rauszieht Ob man das auf dem Stand drapiert oder irgendwo anders Es ergibt natürlich ein sehr schönes Deko-Objekt Und es ist, obwohl es das Schwert, wie gesagt, aushalten würde Natürlich auch kein Spielset Für mich rettet der erste Bauabschnitt und die Konstruktion des Schwertes Und den Spaß, den ich damit hatte Dann die zweite Bauhälfte noch Denn die zweite Bauhälfte ist sowieso etwas kürzer Wie gesagt, ich finde sie nur komisch platziert Weil man dann eben nicht mit dem guten Gefühl von dem Set rausgeht Sondern irgendwo mit dem leicht gefrusteten Gefühl Und ich finde, das hat dieses Set nicht verdient Und ich könnte mir das Schwert auch super gut als vielleicht 15 Euro Einzelset vorstellen Wenn man für das Gesamtpaket 22 Euro zahlen muss Was immer noch super fair ist für die Anzahl der Steine, die man hier bekommt Die Größe der Steine, die man hier bekommt Auch die Farbwahl der Steine, die man hier bekommt Und die Konstruktion an sich Und deshalb gibt es trotz des schwächeren zweiten Bauabschnitts von mir Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für das Set Denn ich hatte auch von den Kindheitserinnerungen abgesehen Mit diesem Set auf jeden Fall einiges an Spaß Und wirklich mehr Spaß, als ich von einem Schwertset erwartet hätte Und gerade als Teilespende eignet sich das Ganze sehr sehr gut Wenn man damit leben kann, dass gerade im Weiß hier ein paar Farbabweichungen dabei sind Aber das ist ja bei so, so vielen Herstellern ein Problem Dass man da kaum drum rum kommt Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt Oder ein ähnliches Set Schreibt immer gerne eure Erfahrungen damit in die Kommentare Und wenn euch dieses Video gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da Um in Zukunft nichts mehr zu verpassen Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Haut rein Euer Velibrick Ich wünsche euch immer so viel Aus Tschüss Tschüss Tö Tö Bis zum nächsten Mal.